Musik 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 Hier ist alles gut. Bitte! Da komm weiter! Tatsächlich! Scheint wieder das Halbblut dabei zu sein. Und auch dieser euch hinterher. Den dritten kenne ich nicht. Ich möchte mit dem Mann sprechen, der dieses Kopf befehle ich. Sag mir erst einmal, wenn du ein bisschen was du willst. Bist du auch ein Vermarsche? Nein, ich bin ein Apache. Und ich möchte mit euch über den Frieden reden. Meint ihr den Frieden, den ihr Roten immer bespürt und dann doch brecht? Ich weiß, dass die Tomanchen das Kriegsbeil ausgegraben haben. Aber wir müssen einen Weg finden, diese ständigen Kämpfe zu wählen. Sagt das nicht uns, sondern den Tomanchen? Ich werde zu den Tomanchen reiten und mit Tita Homascha sprechen. Wenn er bereit wäre, mit euch zu verhandeln, werdet ihr ebenfalls zu einem Gespräch bereiten. Warum nicht? Und würde der weiße Soldat auch allein kommen? Manchmal ist es besser, wenn sich die Anführer beider Seiten allein unterhalten. Hast du jemals gehört, dass wir einem Gespräch ausgewichen sind? Lass mich bei Gelegenheit wissen, was du erreicht hast, Apache. Wir müssen zu den Tomanchen reiten. Kita Homascha muss einem Gespräch mit den Deutschlanden zustimmen. Ich werde ihn mitten nach Föhrung kennenzulernen. Das ist ein neutraler Abend. Wir müssen zu den Tomanchen reiten. Wir müssen zu den Tomanchen reiten. Seine Gelegenheit könnte den Gesprächen sicher keiner vertreten. Gut, dann treffen wir uns den Föhrung-Kern.